Ich darf jetzt mal übergeben, denn für die nächste Woche haben wir ein paar kreative Ideen. Wir könnten die nächste Woche ein bisschen mehr Stimmung sorgen mit Besueders oder ähnlichen Pfeifen. Wir haben ja genug Pfeifen um uns herum, also können wir die auch mit Pfeifen begleiten. Und wir durften durchaus auch ein paar Flugblätter mitnehmen, die wir an die interessierten Touristen und uns begleitenden Bürger verteilen dürfen, zum Beispiel die Informationen, die wir hier in Kürze auch vermitteln, auch nach Hause nehmen können und zu Hause weiterdenken dürfen, weil letztendlich geht es hier alle was an. Es könnten ihre Eltern sein, ihre Geschwister, ihre Brüder, ihre Freunde, die das mal trifft oder getroffen hat. Und wir sind alle Bürger eines Landes und wir sollten Menschenrechte gemeinsam verteidigen. Aber wichtig gehört es dazu, Aufklärung, Information, Aufklärung und Information. Weil wir können nur teilhaben und uns engagieren, wenn wir wissen, was passiert und wenn wir nicht Desinformation bekommen und in Sicherheit gebogen werden, sondern einfach informiert. Und deswegen, ja, ich denke mal, nächstes Mal sollten wir mehr auch Informationsmaterial haben. WDR 사건 der H Dank! ... ... ... ... ... ...